Aber gut, jetzt kommt ein Level, was ich, also, Minispiel, was ich auch sehr genial finde. Und zwar dürfen wir jetzt Feuerwerkskörper zünden. Ja. Ab nach Japan mal wieder. Oh, ziemlich dunkel. Ja, da unten müsste man eigentlich eine Stadt erkennen. Eigentlich. Aber gut, jetzt wird mir hier erklärt, wie ich die Feuerwerkskörper zünde. Das heißt, jetzt kommt erstmal der erste. Aber bei vier muss man genau zünden. Hm. Ah, okay. Ich muss an die Verzögerung denken. Dann klappt das. Weil wenn ich direkt bei vier drücke, dann ist das schon zu spät. Oh, scheiße. Ey, ja. So, jetzt geht's. Ich muss direkt ein Tick-Tucken vor, bevor ich wirklich eigentlich zünden müsste drücken. Naja. Okay, das war zu früh. So, jetzt hab ich's drauf. Von mir aus könnte es jetzt losgehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die Tassenverzögerung macht mir das wirklich schwer, hier irgendetwas hinzukriegen. Wow. Ja, wieder Perfektrunde, brauche ich aber nicht. Nein, ich will weitermachen. Zweiter Versuch beim Feuerwerksanzinn. Hoffentlich klappt jetzt mal. Wow. Irgendwie muss ich doch mit der Verzögerung klarkommen. Na gut. Ja, wiederholt. Ja, wiederholt. Toll, wann finde ich es heraus, wann ich die Knöpfe drücken muss? Am Schluss. Na gut, Leute. Das waren schon zwei Versuche. Ich werde den dritten Versuch rausschneiden und wir sehen uns gleich wieder, weil ohne Tassenverzögerung ist das leichter. Also, Leute, bis gleich. Ha, diesmal habe ich es geschafft. Wow. Waren aber trotzdem noch ein paar Schalterungsversuche, aber irgendwie war die Tassenverzögerung trotzdem noch drin. Trotz, dass ich jetzt Pause gemacht habe, aber ich habe es geschafft. Also, ich glaube, ich werde als schlechtester Feuerwerkzünder in die Geschichte eingehen. Definitiv. Ja, und ein schlechtester Stepptänzer sowieso. Ja. Jetzt dürfen wir nämlich mit den Affen steppen. Aber nicht nur mit den Affen. Die Affen geben den Takt vor und ich muss den einfach nachsteppen. Das Ganze sieht dann etwa so aus. So, das war der erste Takt. Ähm. Jetzt hätte ich zwei Mal hintereinander machen müssen. Okay, jetzt muss ich das mit den Springeln kriegen. Yeah. Ich bin doch nicht so schlecht. Wenn man wenigstens weiß, wann man drücken muss durch diese Tassenverzögerung, dann geht's eigentlich. Ja, das ist echt nicht so einfach. Na gut, es geht los. Na gut, es geht los. Na gut, es geht los. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin so glücklich. okay das könnte mir glauben da habe ich mir jetzt auch ein bisschen schwer getan bei dem ganzen aber es hat ausgereicht wir haben die sechste palette auch gott welch ein spaß das ganze noch haben jetzt ja wie ihr seht es ist ein mini spiel von den vorherigen wenn ihr euch erinnert hier an diese verrückten klatschen hier ja das ganze werden wir da auf jeden fall noch mal machen müssen na gut leute dann wie gesagt wünsche ich euch heute noch einen schönen angenehmen ja adventstag und wir sehen uns dann morgen wieder bis dahin auf wiedersehen